Hallo und herzlich willkommen zurück bei Embark. So, ich warte immer noch darauf, dass sie die Fackeln fertig bauen. Im Boden oder irgendwo. Und ich warte darauf, dass sie endlich Kinder kriegen. Ah, da ist eine Fackel. Ja, die gibt doch immerhin ein bisschen Licht. Also wenn ich dann da vielleicht noch eine herstelle. Ein Möbelsticker, ja. Dann hätten es zumindest ein bisschen Licht. Was sagt denn der Raumbonus mittlerweile? Plus 14. Okay. Und schaut das. Huh? 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 Wir müssten echt einfach mal warten, ich weiß. Wir könnten uns ja mal die Jobs anschauen. So, also, beim Hammer. Okay, haben wir ein paar Aufträge. Angemessen. Gehen wir mal etwas runter. Eigentlich bräuchte es unbedingt noch ein Werkzeug. So, Bergarbeiter. Haben wir zwei, die erfahren sind quasi. Steinmetz haben wir auch, drei sogar. Holzfäller. Eigentlich könnte man branden. Achso, aber da gerade der geht Holz fällen, oder wie? Okay. Sind, achso, ja. Hier könnten wir sagen, ja, ich soll's lassen, Dano. Solltest du sie nicht einfach mal abarbeiten lassen? Jawohl. Dann halte die Finger still. Jawohl. Könnten wir dem Boden eine höhere Priukium? Da stehe ich sogar schon eine Fackel. Auch. Ja, gut. Äh, okay. Das ist okay. Sind sie jetzt Freunde, oder wollen sie jetzt Kinder kriegen? Okay. Die ist natürlich eure Entscheidung. Ich würde mich da ja nie anmischen, nein, überhaupt nicht. Kriegt sie endlich Kinder. Ja, ich würde mich da wissen. Ich schlafe doch gerade, Bea. Was ist so? Was ist so? Die Lampe steht hier auch, sehr gut. Mattiert garantiert gut geschlafen. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Er ist doch lieber froh, dass er endlich einen ordentlichen Boden kriegt. Was ist so? Hmm. Da wäre ein Baum. Ich finde, die Fackeln finde ich schön. Wir müssen nur schauen, ob wir dann da drüben auch noch eine brauchen. Wahrscheinlich schon. Ich denke, ja. Und die Kurgröße, Wände, Beleuchtung. 9 von 10, das ist fast fertig, das ist gut. Gut. Das heißt, wir könnten dann hier endlich mal probieren. Ohne ersetzen. Wir wollen dann eine Wand. Wollen wir da oben schon die Decke machen? ich bin mir nicht sicher die essen und trinken sie es soll schön ausschauen ich bin mir nicht sicher Das helfen wir zwar nicht, aber was soll's. Man kann ja nicht alles haben. Was mache ich eigentlich gerade bei der Forschung? Kleidung, genau, ja, die wäre gut. Das eine Zimmer hier ist fast fertig. Ich könnte natürlich auch Holzwände nehmen, aber da müsste ich massig Holz anschauen. Ich denke, so ist es einfacher. Okay, in den meisten Zimmer stehen die Fackeln. Die Küche ist schon nett, das durch den Kamin auch. Oh, ist okay, denke ich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. hab ich irgendwo ja gut basic clothing das ist gut da ist ja noch ein kind na ich bin gespannt ob es denn von kinder gibt na gut so aktionen können wir noch keine eine leiche die kadaver auch ich da ratzlager korps weapons and armor also nur fürs erste man muss ja dann eben anders hin denken herzen in gott haben wir noch keiner amour walls und jetzt haben wir glaube ich auch noch keiner was hätten wir noch da haben wir auch noch keine well und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach komm, dann merkte ich doch mehrere Bauern, ach schon Da war jetzt überall das Hackerl drin für Fässer, gell, ja Ähm, ich möchte das, warte mal Seeds Ich weiß, wir haben, wir brauchen viele Seeds Kann ich denn nicht hier ein Vorratslager für Seeds machen mit Fässern Dass hier den ganzen Weg entlang geht, ja Und dann von mir aus hier nochmal Und dafür schmeiße ich die Seeds hier raus Dafür schmeiße ich die Seeds hier weg Machen wir dann des Korps Mach das hier rein Und Prepared Food & Drink kommt daher Ähm Moment 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 mal Also, Prepared Food & Drink, ja Soll bitte hier sein So, Raw Food & Drink soll bitte hier sein Und da vorne sollen, äh Dinger sein Da drinnen Können wir reingeben Raw Food & Drinks Das können wir Gerne hierher geben Get prepared Gehen wir da rein Okay Dafür brauchen wir da draußen dann keine Korps Die Seeds müssen uns auch umtragen Äh Oh, wir haben ein Baby Christina und Brandon haben ein Baby Sie nennen das Baby Johanna Ähm Mal sie zwar anschauen Christina Warte mal, machen wir das nicht zu? Okay Okay, und Johanna Ne Christina und Brandon Bogen schießen, klettern, bauen, schreiben Nicht einfallsreich, leicht zu Leicht intelligent Ja gut, dann nehmen wir es wie die Christina Okay Ihre Mutter Kaum Okay, das können wir aber nicht Er zu Okay, das nehmen wir So, herzlich willkommen Das heißt, wir haben definitiv Bettenmangel Wir arbeiten dran Hier sind voll, okay Okay Was war das hier? Zu hell, okay Wir könnten Ja, wenn sie es endlich mal bauen würden Macht's doch bitte mal als wichtigstes Äh, graben Tut mir leid Es ist fürchterlich wichtig gerade, dass ihr graben geht's So, wo haben wir unser neues Baby? Da, Johanna Ja, zu, vielleicht Das heißt Ich wird schnell eifersüchtlicher Okay, das ist nicht Recht unentschlossen Mark Wuchtbar Hm? Hm? Ich spier doch's trotzdem für Harvey Hm? Hm? Ich spier doch's trotzdem für Harvey Ich spier doch's trotzdem für Harvey Genau, macht's da mal weg Genau, macht's da mal weg Wo geht das wenigstens schön schnell? Aber es sind halt alle damit beschäftigt Ich würd gern Kleidung herstellen für alle Und ich würd gern Christiane Krosby ist jetzt ein mittelmäßiger Miner Immerhin Ich bau's jetzt einmal die Sachen, die ich da brauche, damit ich hier weiterbauen kann Was liegt hier? Ein Hase! Mhm Wenn ihr quatscht, sollt ihr nachher glücklich sein und nicht unglücklich Ja Mann, Mann, Mann Hier wäre aber Platz für neue Wohnungen, oder? Ja Mann, die Küche ist Zentrum quasi Was ist denn das da? Oh, Waschung abgeschlossen, okay Ähm, Taschen Einfacher war es damals, einfach in Pölsen zu bauen Oh 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 Okay, damit habt ihr wenigstens mal das eine abgebaut, das ist auch schon mal was? Ähm Jetzt hätte ich gerne das hier hier aufgebaut Ähm Erstmal ignorieren Jetzt vielleicht nicht die nette Englische, aber wir haben eh grad keinen Schlafplatz Achso, jetzt muss ich wieder auf D drücken Ähm 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 Halt, einmal Oh So Da könnte man noch sagen, das ist wichtig Aber zuerst dürft ihr gerne hier bauen Ah, hier baut es die Küche weiter, das ist auch okay, eine gute Idee So ist das gut, wenn da Plus rauskommt, mhm Die gehen immer noch durch dieses Loch rein, ich verstehe es nicht Achja So toll kann dieses Loch doch gar nicht sein So, schauen wir mal kurz, da wird sich ja jetzt im Moment noch nichts ändern Wenn der unter Boden ist, oft neun, das heißt da unten, wenn der drein nimmt, denke ich Küche, jetzt sind cooking, ist klar Ich bau den Boden Ich könnte jetzt hier ja auch weiterfahren Wir haben auf jeden Fall fast überall, nein, wir haben jetzt, oh ja, fast überall fucking Und der eine möchte ich dann mal ein Dach drüber machen und schauen Das ist was bringt Na komm, jetzt bau die letzten zwei noch Sehr gut Sehr gut Und jetzt kriegst du dann eben oben noch ein Dach Und jetzt muss ich das einfach Oh Meint das so, genau. Au. Ja gut. Es wird. Langsam aber doch, es wird. Und da oben liegt auch schon alles für das. Probier's jetzt einfach mal da drinnen. So. Okay, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und schauen, ob sie's dann fertig bauen. Also ich sage mal, tschüss, tschau, papa. Bis zum nächsten Mal. Hm.